Ja, das ist ja ein Bärle, das Spiel. Ja, bist du gelähmt? Super Hangout, einfach so. Du hast halt jetzt einmal Motorradfahrt, erst erkannt, wie gut das ist, wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. Nur dazu, die Stärkung, jetzt weiß ich, dass wenn man analog geht, nachher gewähnt ist, was ist. Ja, genau, richtig. Setz mir gleich alles sein, was wir haben. Nur, dass du halt nichts klingeln kannst, denn es ist auch ein bisschen lauanko. Ach so. Da waren wir schon. Kannst du da rausgehen? Warte mal, woher? Wo rennst du denn hin? Ja, ich muss mich zuerst einspielen. So, wohin? Da, wir haben keine Leute. Okay. Okay, kannst du nicht. Ich muss mich beleidigen. Ich mich nur mit zu. Ich hätte meinen Hauptdocks Typen. Ich würde klasse. Mit dem Tom. Der hat ja Connections, glaube ich, zu Sailern. Der schaut mir so aus. Ja, der vertraut einen als Zeig. Oder US Marine. Das ist auch gut. Eine Jacken hat er sicher von einer Kraft. Ich spiel's ja hammergeiler Scheiß. Ich glaube nicht. Ah, der hat einen Army Shop. Das war ja ein Wahnsinn. Super Hangout. Der kennt keine Säder. Du kannst dir einfach jeden. Du kannst dir einfach jeden. Der ist zu zweit. Ja. Ich sag ihr, dass die Booth abhängen. Hab ich ja gerade gesagt. Was soll denn sonst sein? Nein. J-Jazz Bar? J-Jazz Bar? J-Jazz Bar? J-Jazz Bar. J-Jazz Bar. J-Jazz. Ja, da haben wir das. Das müssen wir jetzt Midwestern durchsuchen. Ich habe es gesehen. Ja. Definitiv. Du kannst den nur noch mal wegwerfen. Du kannst es wirklich mal wegwerfen. Ja, ok. Wir sind immer auf numbrens. Is this where sailors hang out? Sailors? Yeah, I do! They hang out at bars! Yeah, okay, I get it, my friend! Ah, street fights, okay. Which bar do they hang out at? I don't know! I'm broke, yeah, give me one of them! Oh well, later. No, you don't give me one of them! No, I'm going to play one of them! believe me to spend a few days! I want to spend my role in so few days well, in my house,ney one! Yeah, that's what I saw! Likes! involved dots But I think there's happens Where the? Check I don't see, don't mind That's not a Christian cause Ich glaube eher. Lapis. Lapis. Labdance, hm? Ah, weiß ich schon. Ich kann mich nur erinnern. Du kannst nicht speichern, oder? Nein, du kannst nicht speichern, du kannst ein Horoskop. Ja, natürlich. Ich muss auch wieder Geld auszuhauen. Nein, ich spreche jetzt einmal. Ja, auf einmal. Jetzt muss es wichtig sein. Ich will immer so bang out. Ja, ich geh lieber ein Bier trinken. Mit einem Sailor. Ja, das ist immer ein Bier. Der geht vielleicht mit mit dir schlafen. Gibt es eigentlich eine Hoffen-Bar-Linz? Ja, weißt du, die roten Krebs oder so. Hey, where I find every Sailor. Haben wir mich eben aufgestoßen? Ich glaube, in der heutigen Zeit kommt das sowieso nicht so gut. Außer vielleicht, du hast da gewisse einschlägige sexuelle Kleinschaft, wenn du noch Seemännern fragst. Mit Schnauzbart. Ich glaube, das ist da ganz falsch. Ja. Aber ich hab die schon gesehen, die GS-Bar. Ja, rennt zurück und... Soll ich nicht einmal haben und speichern? Nein, wieso willst du speichern? Jetzt geht doch in die scheiß GS-Bar. Nerven es mir nicht. Da rein in das Hinterregter. Da hinten? Ja. Da ist es. Ja, es ist schon leuchtend. So, sieh, Leute. Ich geb' ne Runde aus. Bis 4 in der Früh hat die offen, glaub ich. Jawohl. Ein gute Bar. Ja. Ja. Schau dir genau, der Mittwoch fährt. Ja. Was sagt uns das? Das ist aber für dich kein Platz für einen Seemann. Achterballspielte. Ah, da kann man wahrscheinlich Poolspiel nicht. Ach, Achterball. Ja, Quatsch. Mit dem, wir haben schon mal Simon. Oh, no, no, no. I've been too tired lately. Ask someone else, will you? Ja, gib mir mal einer aus. Barkeeper? Ja, gib mir zum Barkeeper. Bestell was. Ah, okay. Oder ein Hit. Ja, ich muss wahrscheinlich zusammenhauen. Pfff. Sind die Sailor? Ja, die Sailor nicht. Da kriegst du mal gleich eine Grote. Ja, nein. Ja, nein. Du hast ja gleich gesagt, der ist ja der Schenwuchtel. Oh. Oh, je, je. Aber du missst, ich will. Buy mir ein Bourbon. Ach, schau, jetzt soll ich das Messgeld brauchen. Äh, sicher spielst. Du bist auf. Just have to make the shot, right? Try your luck. Pfff. Hm-hm. Zack. Gekont, oder ist g'fangen. Na ja, das werde ich mir nicht. Meistern bewährst. Ja, du weißt aber schon. Achso. Du merkst einmal. Ich habe da gar nichts gemacht, okay? Ja, aber die Bande musst du einlachen. Ich glaube, wenn es gerade aus vierig ist, müssten sie diese ausgehen. Ich kann doch gar nichts machen. Ah, das war halt sowas. Hm-hm. Hm-hm. Longshot hätte ich das machen müssen, gell? Hm-hm. Mist. Hm-hm. Hm-hm. Thanks, kid. Das wird interessant. Hm-hm. Das muss ich an meinen Bourbon checken, oder was? Hm-hm. Was kostet das? Boah, tausend Yen. Hm-hm. Also, ich übergebe das Pad an Herrn Downbringer, glaube ich. So habe ich schon gesehen. Hm-hm. Bissi Downbringer on the Pad. Hm-hm. Na ja, sollen wir nicht vorher speichern, ne? Weil bevor wir da jetzt neunmal filmen... Schellox an, schellox an, nerven sie mich ein bisschen mit ihrer ewigem Speicherei. Wir brauchen ein bisschen... 22 Trice, ey, so viel Geld haben wir nicht. So, jetzt schauen wir mal. Ey, Selah, Selah's hang out in bars. Okay, okay. Das wissen wir schon. Da haben wir sich 15 Leute fragen müssen, vorher. Da müssen wir das wissen. Eieieieieiei. Oh, nein, nein, nein. Ich würde nicht mit ihm reden, Riesi guys. Ach, ich wollte mit ihm reden. Ähm... Wenn wir uns reden, sie haben alle. Er geht mit ihm hinzuschauen. Hähäää. Dowl ich mit ihm zu reden. Ich hab's gerne mit dem Bier rüber, mach' ich zu. Ey, 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 ey. Der Barkeep... Oh, nein, nein, nein. Pübel, da. Oder geht das jetzt nicht? Sorry, Kind! Ich habe mich nicht als würdig erwiesen. Naja, das sagt offenbar. Ja, wenn die Steirung nicht geht. Die Steirung? Sorry, kid. Ich bin busy. Mann, check mit jemanden aus. Was machen wir jetzt? Ja, was anderes da, ich weiß noch nicht genau. Sitzt du noch oder sonst? Nein. Vielleicht müssen wir ausziehen und wieder rein. Ich war gerade draußen. Ja, dann müssen wir, glaube ich, mal speichern. Ja, speichern hilft nämlich bekanntlich immer, gell. Oder Safe... Ja, dann müssen wir, glaube ich, einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, das habe ich gerade verkackt bei denen. Mhm. Die haben schon ein Whisky, ein Whisky, jetzt wollen sie kein mehr. Hm. Naja, das war es einmal nicht. Was machen wir jetzt? Treffen wir sich mit Flower Girl? Oder da, der schaut man noch an. Ja, in der Bar gibt sich sicher Seel aus. Der schaut man noch an. Man Seel aus. How's it hanging? Ja, das ist der Spezi, ne? Brich einmal ein in der Wohnung und da kann man sicher Geld fladern oder so. Ja, da sind auch Seel aus drin, 100 pro. Excuse me. Ich weiß nicht, was du zu tun hast. Ja, ich weiß nicht, was du zu tun hast gerade. Bye für jetzt. Der Campmap ist, wie ein Verbringer, bitte hier. Ich weiß nicht, was du auch so gibt es vielleicht, sind da eine Seel drin? Ich weiß nicht, was du auch so gibt. Ich weiß nicht, wie ist das denn? Wie soll er uns keine Alkohol servieren? Wie soll er uns keine Alkohol servieren? Na. Ok. Ist ja eine Erziehung zum Alkohol trinken, oder? Ja, pumpen sie mich mit Softdrinks für eh. 3 Cola in 3. 3 ist 2. So. Was ist denn? Na, wenn es aufs Haus geht, dann nehmen wir es natürlich. Egal, wo es sie ist. Saijo-san. Kennst du irgendwelche Plätze, wo die Seelern hier draußen hängen? Du sagst Seelern. Aber du nimmst nicht nur einen Seelern, hast du? Ja. Na, probier den MJQ Jazz Bar. Ja, Hartbeats Bar. Oh, Hartbeats Bar. Die Cheese Bar haben uns gelegentlich versagt. Aber du best bist ja klar. Ich hör, dass sie mit einem Dinger ranhähen. Werden die Leute mit Tattoos auf ihren Armen? Du wirst sicherlich finden die Leute da so da. Das ist okay. Das heißt, du musst den Zahnhorn dazun. In die Hartbahn? Oh! 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 Boobies! Oh! Let's duck to dog! Hm. Du musst jetzt nach Hause gehen. O. Oh! Die hat es auch gerade gesagt, die müssen heimspeichern. Die gehen jetzt auch in die Bars und Seemann. Bei der Lederjacken, die der ja auch hat, gehen wir da ein wenig geführt. Hartbar, in die Herzlbar ist das, oder? In die Rehbar. Hartbeats. Herzlbar, ja. Wenn wir da mit unseren 9000 Yen was machen, da drin. Hartbeats. Wo konnte ich sein? Irgendwo was rosa, leicht. So ist es meistens. Du hast ja schon wieder umgestört mit dem Laufen. Ich habe auch nichts umgestört. Nein, das ist von Haus aus gegangen. Links. Ja, links geht man auch schon wie rechts. Ja, ich habe aber nichts umgestört, Mann. Ah, jetzt sehe ich die da. Komplett Wurst. Nein, das stört mich. Mein Flow. Der linke Finger, nicht so. Karaoke, na, na. Die rechte Hand ist ja besser ausgebildet. Ja, Bartun. Da kann man Geld verbrennen. Sloth House. Oh, schaut nach einer Prostituierten aus, sind sie mich fragst. Ja, fragst einmal. Trämen mit den Ländern. Wie viel das kostet? Der könnte auch Seiler sein. Ja, der Tattoo hat er aber. Frieden auch. Im Zweifelsfall immer lästig sein. Was ist das, kid? Are you a seeler? I need to ask you something. Forget it! Who the hell do you think? You button with me? Das kann man schon. Ja, das kommt schon. Ja, nicht aufhärmen, wenn du sagst, schlecht. Die einfach Nummer fragen. Jetzt geht's nicht mehr. Leider. Da liegt's oben. Was? Toll round? Ja. Wo? Ach so. Vielleicht kann man das speichern mit dem Briefkosten geben. Ich weiß nicht wie lästig, aber... Es geht nur. Da haben. Aber da geht's Obe. Die Sobe gemeint, eigentlich nicht. Die hat die Hard-Bits-Base. Obe, wo? Ja. Querlich. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Boah. Uh, das sind sicher Seiler. Wunderbar. Das könnte ein Seiler sein. Ja, schau dir mal die Poppe einmal an. Get out of my way. Nicht wemwoll, der hat er. What? Go home! Pff. Hey, you! Nein, wie er das macht, mit einer Hand. Da hab ich Seiler. Kein Problem. Ja, da hab ich zwar Seiler... Aber mit Seiler prügeln. Na, das geht schon gar. Ich hab an das alles keine Erinnerung mehr. Ich glaub, ich bin darüber komplett anders geskriptet hingekommen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wenn man so viel Kohler drängt wie er, dann haben wir die wieder. Nein, es ist schon einmal gut. Wir brauchen auf jeden Fall... wieder zurück nach Bubbrocken. Jawollt ihr habt mich ein blurb?! Stand wir offen... Streck noch nie, ihr. Pff! Hehehe! Der schaut ehrlich aus! Scheiße, bitte! Der schaut auch nach einem Seemann aus, wenn du dich fragst. Ja, du bist sicher Seemann. Das ist jetzt mein neuer Armanspruch bei Fortgehe. Genau, du bist so ein Seemann. Du bist Seemann, oder? Arbe. Uh, da liegt der Bub. Uh, man sitzt nur einmal da rein. Ja, ich denk, wenn du ihn einfach verkauft hast wie eine Milchbueh. Was ist der Milchbueh? Ja. Okay, auf ein neues. Ah, jetzt sind wir verweichen. Schaut aus wie der Takeshi. So geil. Das ist so geil. I am a Sailor. Beep. Ich glaube, das werde ich wieder richten. Wir sind sicher. Ja, genau. Bam. Da ist wieder einer. Huh. Da. So, wirklich ganz so schnell. Das ist ja ein Schwarzenegger hier. Was? Aha. In return, you don't show your face here again. Okay. Look for a guy named Charlie. Charlie. He deals in smuggled goods. He is well known in the underworld. Ja, die Geschichte finde ich auch gar nicht so schlecht, eigentlich. Jetzt werde ich mir ein bisschen kommen. Oh, das ist unser Freund, der nie mit uns reden wollte. Na. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, der wird jetzt wieder zum Raffen. Ja. Ja, ja. Ja, das ist genau der Vollgestand ist, oder? Ja, natürlich. Ja, der Freundliche. Ja. Ja, der Freundliche. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hab das ja gesagt, dass das hammermäßig geil ist. Ja, in der heutigen Zeit, wo man sich von der Grafik immer so blenden lässt, weißt du das? Das ist ja absoluter Evergreen, das Game, wirklich. Der ist doch halbwegs vorne da. Jetzt redet sie einmal an, was kostet's. Nein, der ist da gestanden, der ist sich eingegangen jetzt, oder? Ja, die sind da gestanden, oder? Ja, die werden schon schlafen gegangen sein. Schöwe. Wahrscheinlich. So harte Jungs gehen um 10 Uhr ins Bett. Where is Charlie? Frage mal die Prostituierte, die weißt das sicher. Ja, die wissen so viel. Ja, die wissen alles. So wie Putzfaden ist alles. Der kann sein, der kann sein. Das ist er, das ist der Charlie. Howdy! I've got something to ask you. Sorry, but I got some urgent business to take. I see. Naja, verstehe. Der ist ja voll lässig. Der ist ja voll lässig. Der ist ja am Tag, während er licht, oder? Ah. Jetzt rennt er auf mich angst. Wo ist denn so ein Prostituierte? Oh, da. Ja, die was? Ja, die was? Ja. 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 Wir müssen drinnen, die Snacklinder. Ja. 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 Das ist eine Mauer, eine Transe, da sind wir wieder so bei dem Thema. Excuse me. Es zieht sich einfach durch. It's nothing. Du kannst dir mal eine gescheite Mucke auflegen. Ich muss wieder zahlen. Wir haben es ja eh. Haben wir es. Da gibt es ja ganz schön viel Pass. Extrem, ja. Jetzt sind sie doch so, weil der Alkoholismus noch akzeptiert. Fast wie in Graz. Wenn man fünf Meter früher marschiert, wenn man rein geht in die Bar. Wahnsinn. Das Gute ist, wenn ich mit dir in Graz bin, dann sagst du, mach jetzt ständig das, weil ich aber nie gesündet und damit speichert. Ja, eh. So. Ey, Alter, wir müssen speichern. Karaoke, na, na. Ja, schon, hab ich ja gewusst. Dann gehen wir halt heim. Ah, der geht von selber heim dann. Home. Ah, schön. Ah, endlich speichern. Endlich speichern. So ein Schäß. Ja. So, wenn ich es so weh. Ja. So liegt die Niederbrippe.